Jetzt der zweite Test mit der Kamera sieht gut aus. Das ist dieser Friesendamm und da muss man jetzt nicht durch die Stadt fahren, sondern kann schön außenrum fahren, wie man sieht auch im sehr guten Zustand. Ja, jetzt kommt Ostfriesland durch. Wind schüttelt mal das Auto. Auch bei uns jetzt nach zehn Tagen Landregen würde ich sagen, aber es ist jetzt nur ein kurzer Regenguss. Heute Nacht oder heute Abend ab 19 Uhr kommt dann deutlich mehr. Es ist auch wieder ziemlich Stau hier. Es war auch fünf Uhr nachmittags. Aber hin und wieder kommen Autos. Ja, hin und wieder kommen Autos. Mal schauen. Jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir uns an. Wir sind hier. Oh, oh. Nehm. Da bist du hier. Oh. Oh. Ja, ich nehme hier schon mal zwei Minuten auf, ohne Probleme. Sehr schön. Kann man auch Pause machen hier? Kann man nicht, ne? Aber doch, da oben. Machen wir schon weiter. Ja, der Pauseknopf und Go ist relativ gut oben angebracht, gut oben angebracht. Das heißt, man kommt da leichter dran als bei der anderen Kamera. Das ist gut. Ja. Tuck, tuck. Da war es gut. Tja, rechte Hand ist dann irgendwo die Stadt. Und linke Hand immer gleich Jade Weserport anfahrten. Was der immer mit seinem Jade Weserport hat. Ah ja, was für Frankfurt der Flughafen ist, das ist der Jade Weserport von Wilhelmshaven für die Welt. Und hier ist es furztrocken. Wie heißt es, furztrocken? Ja, so. Ne, doch noch. Das sah nur so aus. Du, 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 du. Geht's dir gut? Ja. Vier Minuten. Da wäre die andere schon aufgehört. Geht's dir gut. 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 Es ist natürlich schön, weil hier in dem Sinne nicht so viele Ampeln sind, wie innerhalb der Stadt. Man fährt hier also mit 50, 70, 30. Nach 400 Metern rechts abbiegen auf Ebertstraße. Dann links abbiegen auf A-Straße. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Gestern bin ich ein bisschen verkehrt. Links abbiegen auf A-Straße, dann links abbiegen auf Rheinstraße. Dann rechts abbiegen auf zur Kaiser Wilhelm Brücke. Wenn man hier Arbeit hat und die Kinder hier wohnen, dann ist das schon was. Dem Streckenverlauf 800 Meter folgen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr zu wissen. Das ist 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 nicht mehr zu wissen. Ja, das ist nicht mehr zu wissen. Oh, die wehen. Die Haare von der Dame gerade. Wenn die eine Perücke auf hat, dann ist die weggegangen. Jetzt sind wir mal gespannt, wie das Meer ausschaut. Aber Wolkenkämme gibt es, Wellenkämme. Das ist jetzt normaler Sommer in Wilhelmshaven. Wie die Leute sich das hier vorstellen. Und das kann auch tatsächlich sein. Es gibt solche rauen Wetter. Aber dafür gibt es eben das gemütliche Zuhause. Nach 200 Metern nach rechts abbiegen, um auf Südstrand zu bleiben. Ich hab dich doch schon abgestellt. Naja, mach nix. Ich kann nicht leise machen.